Meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mal mit einem absoluten Special. Und zwar haben wir uns gedacht, ey, bei Union Berlin, da ist momentan so viel los. Der praktisch, ja, zweite Verein von Felicio, der ja total verfolgt. Total verfolgt. Ich habe nicht gesagt, ob Positiven oder, ne, also ich will ehrlich sagen. Ne, aber tatsächlich ist so viel los und wir finden sowieso, den Abschiedskampf ist einer der spannendsten Themen aktuell. Genauso wie den Kampf um Europa, haben wir ja letztens drüber gesprochen, dass wir gedacht haben, ey, da quatschen wir heute mal drüber. Was geht eigentlich bei Union Berlin ab? Trainer, Karussell, Chaos, kommt jetzt der Abstieg? Ja, Felicio, sag mal dran. Ja, gestern hatten wir ja schon im längeren Bundesliga-Talk drüber gesprochen. Aber wir dachten uns, weil wir jetzt nochmal kurz Zeit haben und ich auch gesehen habe, dass eben nicht alle diese komplette Stunde sich immer ansehen. Dann habe ich nämlich ein paar Kommentare gesehen, übrigens Union-Trainer ist rausgeflogen. Dann habe ich schon gesehen, die werden nicht alles gesehen haben. Deswegen dachten wir, sprechen wir nochmal ein bisschen einzeln drüber, zumal ja heute auch die Pressekonferenz mit Zingler war. Und da ja jetzt auch so ein bisschen das, ja, das mit der Presse losgeht und so weiter. Es gab ja davor ja noch ein Treuebekenntnis, beziehungsweise ein Unterstützungsbekenntnis. Wir kennen es alle. Wir kennen es alle. Da dachten wir, sprechen wir einfach mal so ein bisschen drüber, weil ich finde, aus eurer Sicht wahrscheinlich Europa, aber ich finde sogar den Abstiegskampf noch interessanter, weil da einfach so krass viel dranhängt, auch für Vereine wie Köln zum Beispiel. Und deswegen hatten wir dazu auch schon mal eine Prognose gemacht. Und das Krasse ist, bei zwei Spielen kannst du halt eigentlich auch nichts voraussagen. Das ist ja wie ein K.O.-Modus jetzt fast schon, ne? Ja, absolut. Das muss man auch so sagen. Hier ist jetzt alles möglich auf einmal wieder. Wir haben vor ein paar Wochen noch gesagt, ja, gut, Ding ist durch. Köln geht runter, Mainz 16. Eventuell retten die sich, weil die einen guten Lauf hatten. Und jetzt reden wir darüber. Es ist völlig realistisch auch, dass Union Berlin 17. werden kann, also mit einem direkten Abstieg, aber auch in die Relegation noch kann. Und es liegt natürlich immer, wie bei allen Abstiegskampfduellen, in den eigenen Händen, aus der Position von Union Berlin heraus. Köln zum Beispiel jetzt nicht mit den eigenen Händen ganz. Aber, ja, super spannendes Thema. Ich finde es sowieso geil, immer auch dann so über Sachen, die jetzt gerade total aktuell sind, wo man sich eh drüber beschäftigt, wo man vielleicht auch abends mit den Kumpels auf der Couch sitzt oder so und sagt, ey, hast du das gehört, weißt du? Was ist deine Meinung dazu? Genau. Weil jeder hat ja auch irgendwie eine Meinung zu allen Themen in der Bundesliga. Natürlich. Wir sind doch auch alles Bundestrainer, ist ja auch klar. Natürlich. Da freue ich mich ja schon auf die EM. Lass uns mal drüber sprechen. Der Kicker hatte ja schon vor einer Woche berichtet, die sind ja eigentlich immer ganz gut informiert. Also es ist ja selten so, dass man beim Kicker jetzt sagt, naja, der Kicker. Sondern man sagt ja eher so, boah, da wird wahrscheinlich schon was dran sein. Die hatten ja berichtet, dass es gegebenenfalls nach der Saison nicht weitergeht mit Bialica, obwohl der ja eigentlich noch Vertrag gehabt hätte, wenn sie in der ersten Liga geblieben wären. Jetzt haben sie die Reißleine spontan schon am Montag gezogen. Ich hatte mir unter anderem diesen Hauptstadt-Derby-Podcast angehört mit dem ehemaligen Unioner Beek. Und der hatte, da stand nämlich noch gar nicht fest, dass Bialica den Klub verlässt. Der hatte schon so gesprochen, eigentlich musst du ihn jetzt in dem Sinne rausschmeißen. Zwei Spieltage vor Schluss. Was hältst du denn erstmal im Allgemeinen davon, jetzt so die Reißleine zu ziehen? Ich habe die letzten drei Spiele alle live gesehen von Union. Das war einmal gegen, zu Hause gegen Bayern. Dann war es in Gladbach, da waren sie vielleicht sogar die bessere Mannschaft. Und jetzt zu Hause gegen Bochum. Kannst du das nachvollziehen, dass man jetzt zwei Spieltage vor Schluss noch die Reißleine zieht da? Ja, absolut. Ich wüsste jetzt gar nicht so, wo Union mich komplett überzeugt hat. Gladbach muss mir auch sagen, diese wechselhaften Geschichten liegen nicht zwangsweise am Gegner immer so. Das ist bei Gladbach auch voll drin. Und am Ende muss man da auch sagen, es ist trotzdem nur ein 0-0. Also ja, es gab da auch andere Szenen mit bei, aber 0-0 kannst du dir im Abschiedskampf gar nichts von kaufen. Gegen Bayern bist du untergegangen, gegen Bochum hast du in der ersten Halbzeit eine Frechheit gespielt, muss man auch ganz klar so sagen. Davor hast du gegen Augsburg 2-0 verloren, davor hast du gegen Leverkusen nur 1-0 verloren. Das geht ja sogar noch. Das war okay. Genau, da würde ich noch sagen, ja, weißt du, passt. Aber wann hast du den letzten Sieg geholt gehabt? Gegen Bremen am 16.03. Das ist natürlich dann doch ein gutes Stück weit weg. Ein Sieg aus zehn Spielen. Ja, das ist einfach zu wenig. Und ich glaube, gerade im Abstiegskampf musst du, natürlich musst du immer ein Stück weit auch die Ruhe bewahren. Aber du musst auch einen Zeitpunkt erkennen, wo es vielleicht nochmal wichtig sein kann, so einen kleinen Trainer-Effekt, so eine Moral freizusetzen. Und gerade in den letzten zwei Spielen kannst du sowas, glaube ich, jetzt machen. Also Bielica war ja jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie den Fußball neu zu revolutionieren, sondern eher wieder zurück zur alten Tugend zu gehen. Und das hat ja auch nicht geklappt. Das gibt auch der Kader eigentlich nicht her. Mit dem Kader musst du eigentlich auch das Spiel machen. Da fängt es ja schon an. Weißt du, du hast da so viele Techniker drin. Du hast jetzt nicht den Kader, wo du sagst, okay, die verbarrikadieren sich hinten und spielen dann ein, zwei Konter. Du hast genügend Spieler, die richtig was anzufangen müssen mit dem Ball. Du hast eine super Spieleröffnung, extrem schnellen Spieler auch, mit Kevin Vogt hinten drin. Da fängt es ja schon an eigentlich, weißt du. Der sich wahrscheinlich jetzt auch fragt, okay, war der Wechsel so clever? Weiß ich nicht. Dann hast du im Mittelfeld unfassbar viel Qualität, die endet mit einem Kevin Volland in der vordersten Spitze. Also wo fangen wir an, wo hören wir auf, weißt du? Aronsen, Gosens und so weiter. Das sind auch, glaube ich, alles, das darf man auch nicht vernachlässigen, keine Spieler, die Lust haben auf, ich stelle mich mal hinten rein und spiele auf Konter oder Standard 1-0-Sieg. Ich glaube ja auch weiterhin, dass die im Sommer, sonst würde es für mich gar keinen Sinn machen, die Transformation eben schaffen wollten von, sie hatten sehr erfolgreichen Fußball, aber das kann eben nicht ewig gut gehen. Das war eine Spielweise, die schwer zu bespielen war. Du konntest keine Tore gefühlt gegen Union schießen und vorne hatten sie das nötige Quäntchen Glück und waren auch immer effektiv, auch nach Standards. Die Frage ist jetzt halt, zwei Spieltage vor Schluss ist es nicht zu spät. Ich meine, ihr habt ja damals einen Spieltag vor Schluss das gemacht mit Thomas Schaaf. Ja, aber ist es jetzt hier nicht auch schon viel zu spät? Wenn du jetzt den Vergleich mit Bochum ziehst, wo ich ja auch schon dachte, boah, es ist die richtige Entscheidung. Bisher hat es sich ja bei Bochum ausgezahlt, aber die haben es auch früher gemacht. Ist das jetzt nicht zu spät, zwei Spiele vor Schluss? Würdest du das nicht sagen? Also ich würde auch definitiv sagen, man hätte es vorher schon machen können. Das haben die Ergebnisse auch hergegeben. Also rein vom Ding her, hättest du es auf jeden Fall auch vorher machen können. Du hättest jetzt vor Bochum vor allem dieses Endspiel ziehen können, also das dann da schon auch vielleicht zu machen. Aber ich sage, und das ist der Unterschied bei Bremen zum Beispiel am letzten Spieltag, wir hatten es nicht mehr in der eigenen Hand. Wir haben dann den Trainer entlassen, wo wir es nicht mehr in der eigenen Hand hatten. Das ist sowieso schon so ein Ding. Du musstest mit auf die Konkurrenz schauen. Eigentlich war da an dem Spieltag ganz viele Sachen ab. Union hat es jetzt genau noch in der eigenen Hand, indem die gegen Köln gewinnen. So, das heißt, vor dem Köln-Spiel ist ein guter Zeitpunkt. Ich will jetzt nicht sagen super Zeitpunkt, aber ein guter Zeitpunkt, um diese Moral nochmal auf den Platz zu bringen, zu sagen, ey, wir machen jetzt hier den Trainer-Effekt und jetzt geht da raus und zeigt, was ihr könnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Union so auftritt, dass die auf einmal aus dem Nichts Köln 5-0 weghauen könnten vom Potenzial her, rein was die Spieler da drauf haben. Aber die Frage ist halt, ob das jetzt der, ich glaube, U19-Trainer ist es ja jetzt, der das erstmal übernimmt, ob der das dann so freisetzen kann. Manchmal brauchst du gar nicht einen speziellen Trainer für den Trainer-Effekt. Manchmal tut es wirklich einfach nur dieser Wechsel gut. Und Jelica, ich weiß nicht, für mich hat der einen sehr stumpfen Eindruck eher gemacht. So dieses, weißt du, ich habe da keine Energie gesehen, wo ich gedacht habe, oh, jetzt setzt der nochmal richtig was frei. Deswegen kann ich die Entlastung per se schon nachvollziehen. Ja, ich auch. Wie du schon sagst, ich kann mir auch vorstellen, also was man so gelesen und gehört hat, wirkte es ja auch so, als ob die Mannschaft nicht mit diesem Trainer zufrieden ist. Und jetzt hat er ja auch in der Halbzeit zum Beispiel Volland und Vogt rausgenommen und Toussaint. Und dann lief es ja auch besser. Also es war vielleicht auch begründet. Aber das wirkte alles schon so, boah, die kriegt er nicht mehr hinter sich. Und gerade diese Spieler brauchst du ja, wie du es gesagt hast. Eigentlich hat Union alles in der eigenen Hand. Die müssen nur, in Anführungsstrichen, ja zweimal gewinnen. Dann bleiben sie direkt in der Liga. Sollten sie allerdings, ja, wie gesagt, nur ein Sieg holen, kann es auch sein, dass sie eben nochmal in die Relegation kommt. Kommt dann auch darauf an, was Mainz macht. Ja, das können wir ja durchspielen. Wir haben jetzt mal, ich habe jetzt hier das mal gerade aufgemacht gehabt. Und zwar, das hier ist jetzt der Tabellenrechner. Und wir machen jetzt mal eine kleine Vorführung, was nur wichtig wäre für Union Berlin. Also nicht jetzt hier alles, aber das, was eben wichtig wäre für Union Berlin und die Szenarien, die einfach möglich sind. Und ihr seht uns jetzt nicht, aber ihr hört uns ja, wenn wir jetzt in den 33. Spieltag reinspringen und man geht davon aus, man würde gegen Köln verlieren. Also so, ich habe jetzt mal hier 2-0 Köln eingetippt gehabt. Mainz holt einen Punkt gegen Dortmund. Und Mainz ist wirklich ein Gegner, der Dortmund sehr schwer fällt, gerade in Mainz. Das ist gar nicht mal so unrealistisch. Das heißt, Mainz holt einen Punkt. Union verliert das entscheidende Spiel. Köln wird das Knärkspiel sein, werden wir auch gleich noch sehen. Und Leverkusen gewinnt trotzdem gegen Bochum. Also Bochum Niederlage machen wir rein. Dann gehen wir in den Spieltag danach und sehen Union Berlin gegen Freiburg das Spiel. Mainz gegen Wolfsburg. Bremen gegen Bochum. Und Köln gegen Heidenheim. Jetzt habe ich wieder Niederlage Bochum. Also zwei Niederlagen Bochum. Das kann auch anders ausgehen. Das ist Bochum ganz weit wegmarschiert. Mainz, hier machen wir aber einen Sieg rein gegen Wolfsburg. Weil für Wolfsburg geht es am letzten Spieltag um gar nichts. Für Mainz um alles. Ja, vielleicht. Nach der Reihenfolge jetzt. So geht es aber für... Nee, es ist sogar so. Also nach dem dürfte es um nichts mehr gehen für Wolfsburg. Wenn Mainz das Spiel gewinnen sollte, ist Mainz raus aus unten. Wenn Union dann das Spiel verliert, ist klar, dass sie als 17. absteigen würden. Wenn Köln auch gewinnt. Genau. Holen die einen Punkt gegen Freiburg, würden die trotz dessen Köln hinter sich lassen. Und am letzten Spieltag einen Punkt selber zu Hause zu holen, ist ja auf jeden Fall mal möglich. Das muss man ja auch so sagen. Und dann spielst du aber trotzdem Relegation, weil Mainz eben gewinnen würde in dieser Rechnung. Ja. Natürlich hängt das alles damit auch so ab, wenn Köln diese Spiele gewinnt. Aber selbst wenn Köln das letzte Spiel verliert, dann ist Union trotzdem 16. Weil eben die anderen dann gepunktet haben. Wichtig wird sein, dieses Spiel hier, also Köln gegen Union Berlin, dass da Union mal mindestens... Nee, auch einen Punkt. Einen Punkt. Nee, bringt auch nichts. Aber ist eigentlich zu wenig. Ja, es bringt sogar wirklich nichts. Ich habe hier gerade einen Unentschieden drin, wenn Mainz trotzdem unentschieden spielt und einen Sieg holt, also vier Punkte aus den letzten zwei, muss Union diese zwei Spiele gewinnen. Dann wären sie sogar 13. Und könnten das Ding abschließen. Und dann wäre ja ganz crazy, dann hat Bochum 33 auf 16, Mainz 33 auf 15 und Gladbach 33 auf 14. Das heißt 14 bis 16, alle Punkte gleich Union, einen Punkt vor. Nur mal so um Szenarien durchzuspielen, ist natürlich... Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, mal off-topic ist ja nicht ausgeschlossen, dass Bochum die letzte Mannschaft, die Leverkusen geschlagen hat, vor über 40 Spielen, die erste Mannschaft sein wird, die Leverkusen widerschlägt. Das wäre irgendwie typisch. Aber ja, also nochmal zum Union zurückzukommen. Sie haben alles in der eigenen Hand. Also wahrscheinlich ist es jetzt die letzte Möglichkeit gewesen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man sich dachte, wir hatten schwierige Partien. Du hast es gerade beschrieben. Wir hatten Leverkusen, wir hatten Bayern. Jetzt kommen die direkten Duelle und wir werden das packen. Und spätestens nach diesem Spiel gegen Bochum hat man sich gedacht, ey, das geht so nicht weiter. Wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Aber wir können nur noch jetzt handeln, weil wir haben die ersten Big Points gegen Bochum zu Hause verschenkt. Und deswegen handeln wir jetzt. Und deswegen finde ich es aus Unionssicht auch richtig, das ist die letzte Chance, die Reißleine zu ziehen. Gegebenenfalls hast du ja vielleicht sogar vier Spiele dann den Trainereffekt, wenn du in die Relegation kommst. Und ich sage mal weiterhin, da sind wir uns beide einig. Wenn du das Top-Potenzial aus Union rausholst, dann können die locker zwei Spiele gewinnen. Auch gegen Freiburg. Freiburg darf man nicht unterschätzen, weil es das letzte Spiel unter Christian Streich ist. Aber Union spielt zu Hause und du hast das Spiel auch gesehen. Also Freiburg war ja gruselig gegen Köln. Freiburg ist momentan ganz, ganz schwach drauf. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Union zu Hause am letzten Spieltag gewinnen würde gegen Freiburg. Es kann auch sein, dass Freiburg gar nichts mehr holt. Also jetzt mal, wenn die so weiter auftreten. Aber es sind natürlich dann auch Nebeneffekte, die du nicht gebrauchen kannst jetzt gerade. Zingler ist ja da auch so ein bisschen sauer auf die Medien unter anderem. Hat ja auch nochmal jetzt gesagt gehabt, geht mir auf den Zeiger. Das ist das Zitat von Zingler. Die ganzen Medien. Also jetzt mal, erste Frage von mir. Also ich lese es ja auch viel, weil natürlich in der Berliner Presse Hertha und Union viel ist. Ich bin natürlich nicht der Neutralste bei Union. Aber findest du nicht, dass dafür, was Union für Spieler geholt hat, es verhältnismäßig in den allgemeinen Medien, die du auch verfolgst, ob das jetzt Sky ist, wenn du eine Konferenz guckst. Natürlich reden die jetzt negativ über Union. Aber für das, was sie an Kader geholt haben, finde ich, ist es verhältnismäßig ruhig. Ich will nicht wissen, oder ich weiß es ja, was in der Vergangenheit bei Hertha los war. Gut, da ist nochmal eine andere Situation mit den 375 Millionen und so. Aber trotzdem ist es doch schon, findest du das jetzt zu extrem, wie kritisch da die Medien sind? Und im Endeffekt hatten sie ja sogar recht. Man muss ja auch sagen, dass es schon darauf ankommt, wo du dich befindest. Also, wenn du jetzt sagst, als Beispiel Union, du bist der Hardcore-Union-Fan und wirst jeden Tag googeln nach Union, so wie jetzt ich bei Bremen, du bei Hertha, mäßig. Dann wird mit Sicherheit, werden da viele negative Schlagzeilen auch drin gewesen sein. Aber jetzt zum Beispiel für mich völlig außenstehen, nur allgemein Medien sozusagen mitbekommt und gezielt nach Union sehr selten sucht, da ist es komplett unterm Radar gefallen. Also Schalke, Hertha, kriegst du ja die ganze Zeit selbst jetzt noch mit in der zweiten Liga. So, Union, das ist unglaublich ruhig für diese Umstände, das muss man einfach so sagen. Und da muss ich auch, da sage ich auch ganz offen und ehrlich, ich gebe auch offen zu, war bei Bremen auch so. Bei Bremen war das auch so. Ich finde es nur immer so ein bisschen, ich finde es immer eigentlich schwierig, wenn dann Geschäftsführer oder allgemein in diesen Posten, die sich beschweren über die Medien, auch Trainer genauso. Weil am Ende gibst du das ja vor, so. Wenn du keine Gründe lieferst, um diese Schlagzeilen rauszuhauen, dann wird es auch keine geben. Und wenn es nun mal scheiße läuft, und das muss man so sagen, du hast jetzt ein Endspiel, weißt du? Du hast ein Endspiel, hast eine riesen Investition vor der Saison gemacht, hast zwei Trainer entlassen. In welcher Welt sollten denn hier jetzt gerade positive Nachrichten da stehen? Weißt du? Also, was für einen Anlass gibt es? Und so eine Leistung in der ersten Halbzeit gegen Bochum. Ja, genau richtig. Das heißt, dass da ja dann das auch kritisch gesehen wird. Ich meine, er geht ja jetzt auch vor allen Dingen auf die Berichterstattung Bielica und so weiter ein. Er hat ja auch keine harmonische Trennung und so weiter. Das ist mir im Endeffekt alles egal. Du kannst diese Medienkarte, sag ich mal, finde ich, so gut wie nie ausspielen. Wenn jetzt was frei erfunden wird, dann bist du doch in einer geilen Position. Dann legst du das offen, weißt du, und sag, guck mal hier. Und dann sieht die Zeitschrift oder die Leute, die das bricht, das sieht scheiße aus. Aber gerade wenn es um Meinungen geht und Einschätzungen, da gibt es ja gar kein richtig oder falsch. Und du entscheidest am Ende, was du lieferst. Hauen die jetzt Köln weg? In welcher Welt wird denn dann was Schlechtes stehen? Weißt du, und wenn ja, kannst du ja immer noch sagen, ey, was wollt ihr eigentlich? Wir haben gerade gegen Köln gewonnen, ne? Ja. So, und dann sind ja auch die Fans auf der Seite. Wie oft sehen wir das dann auch, dass bei Journalisten Fragen, die dann wirklich manchmal unangebracht sind, wir auch als Fans sagen, ey, was sind das für Fragen? Toni Kroos, Champions League gewinnen zum Beispiel, ne? Ja, ja, ja. War aber schon ein schlechtes Spiel, ne? Oh ja, super. Boah, gute Idee. Aber er hatte ja, hatten wir ja beide auch gesehen und gelesen, sicher jetzt auch dazu dann geäußert, weil das ja schon ein bisschen widersprüchlich war. Er hatte ja kurz vor der Entlassung von Bielica noch gesagt, wir stehen zu 100 Prozent oder wir unterstützen Bielica. Natürlich ist das unglücklich, oder? Und natürlich fragen die Medien danach. Also es ist doch egal, ob ich das jetzt als Treuebekenntnis oder als Unterstützungsbekenntnis deklariere, das ist doch Wortklauberei. Es ist doch egal, wie ich das jetzt bezeichne. Wenn ich sage, ich stehe dahinter und zwei Tage später ist er nicht mehr Trainer. Ja. Es ist doch klar, dass da Nachfragen kommen und dass das irgendwie widersprüchlich wirkt. Ich bin in gewissen Situationen auch immer ein Fan davon, einfach gar nichts zu sagen. Das finde ich dann noch viel schlauer, wenn sowieso sowas im Raum steht. Du kannst ja gerne dem Trainer oder Spieler oder was auch immer Unterstützung intern geben, dass du sagst, ey, wir stehen zu dir, weißt du, wir sind da. Und selbst wenn du es öffentlich machst, zu manchen Rahmenbedingungen verstehe ich auch, dass du es öffentlich machst, aber da musst du auch im Nachgang ja auch sagen können, ja, wir haben das gemacht, haben aber dann nach dem Spiel oder nach diesem Vorfall, was auch immer dann immer der Grund ist, uns nochmal zusammengesetzt und gesagt, es geht hier so nicht weiter. Das macht jedes Management, jede Saison mindestens einmal hörst du das. Ja, wir standen da absolut hinter, aber Punkt, bis dahin und dann ging es doch nicht weiter. Machst du dich dann lächerlich? Nein, weil was willst du denn anders machen? Willst du in der schlechten Phase sagen, ja stimmt, der Trainer ist echt scheiße, öffentlich, wird bestimmt nicht die Scheiße da rausreiten. Deswegen, dass du dich dann vor einem Trainer oder so stellst, kann ich verstehen. Aber du darfst dich halt dann danach auch nicht wundern, wenn dir diese Worte auch wieder um die Ohren fliegen. Damit musst du dann rechnen. So, einziger Weg, was dann was bringt ist, öffentlich dann einfach gar nichts zu sagen, in so einer Position. Ja, ist natürlich schwierig, aber ich sehe es auch so, wie du da jetzt von Medienschelte und so weiter zu sprechen. Macht dann die Arbeit, im Best Case redet man dann ein bisschen weniger nach außen. Und am Ende scheint ja an dem Kicker-Artikel auch einiges dran gewesen zu sein. Woher der jetzt auch immer kam, wahrscheinlich schon irgendwie aus Mannschaftsteilen oder so. Weil sonst, da stand ja auch zum Beispiel drin, dass die Mannschaft unzufrieden damit ist, dass Bielica gar keine Analyse macht. Und um das jetzt nochmal abschließend zu sagen, im Endeffekt finde ich, ist das Projekt Bielica auf jeden Fall gescheitert. Er hat jetzt einen Punkteschnitt von irgendwie 1,09, der natürlich durch die letzten Partien deutlich geschlechtert wurde, weil am Anfang sah es ja noch gut aus, er hat sie ja ein bisschen aus dieser ganz schwierigen Zeit rausgebracht. Aber das ist für den Kader dennoch zu wenig. Aber da kann man vielleicht sogar auch als Trainer-Effekt abstellen, muss man auch so sagen. Ja, weil das ist jetzt langsam, was heißt langsam, das ist einfach für diese Mannschaft im Endeffekt zu wenig. Und es gab ja zwischenzeitlich schon Zeiträume, wo man gar nicht mehr daran gedacht hat, dass Union überhaupt nochmal da unten reinrutschen könnte, weil das unten eben so ein Schneckenrennen war. Und trotzdem ist man jetzt in dieser Situation und hat eben so wenig Punkte, dass man sagen kann, es ist insgesamt in der Saison weniger als ein Punkt pro Spiel. Und das ist, auch wenn er jetzt einen besseren Punkteschnitt hat von irgendwie 1,09 oder so, das ist einfach zu wenig. Und man hatte ja auch schon, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, mit Sané, dieser Aktion, unabhängig jetzt mal vom Sportlichen, da waren ja die ganze Zeit Störgeräusche irgendwie schon, was ja ungewöhnlich war für Union in den letzten vier Jahren. Ja, absolut. Vor allem muss man ja auch immer sagen, die dürfen sich ihre gute Arbeit, die die gemacht haben, nicht kaputt machen lassen durch diese Sachen jetzt. Weil du hast in den letzten drei, vier Jahren eine Menge richtig gemacht. Sonst hättest du jetzt nicht die letzten Jahre auch immer international gespielt. Also unabhängig davon, wie es jetzt gerade um den Verein steht. Aber diese Position, in der du gekommen bist, die hast du dir ja auch selber erarbeitet gehabt. Und ich glaube, dass man damit gut bedacht ist, wenn man da so ein Stück weit auch, man sagt ja dann immer den Klassiker nach einer Saison, alle Steine nochmal umdreht und schaut, okay, wo war der Punkt, wo das wirklich so ins Kippen geraten ist, was haben wir hier falsch gemacht, um halt in der nächsten Saison da dann doch wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Weil dafür hat der Verein in den letzten Jahren dann doch zu gut gearbeitet gehabt und dafür hat zu viel gut funktioniert, um alles, sag ich mal, wegzuschmeißen. Das muss man halt so sagen. Dann siehst du die gleiche Problematik ein bisschen wie bei Hertha, dass man eine Mannschaft jetzt gerade hat, das ist immer so plakativ gesagt, aber es scheint auch ein Fünkchen Wahrheit dran zu sein, die eigentlich für andere Aufgaben zusammengestellt ist. Und jetzt kommt es aber auf Kratzen, Beißen und Ekligsein an, wie du es beschrieben hast. Weil Bochum, die sind Abstiegskampf pur. Das sieht man jede Saison und die wissen, worauf es ankommt. Du hast es im Matchplan eher beschrieben, als wir den Rückblick gemacht haben und meintest, total clever, geh ganz, ganz früh auf viele Tore, um denen erstmal den Stecker zu ziehen. Ja, hundertprozentig. Man muss ja da auch ganz klar sagen, für was brauchst du die Saison? Und ich glaube, wir haben viele Beispiele, wo man sieht, dass diese Spieler dann damit nicht umgehen können. Nehmen wir doch einfach Wolfsburg. Was hat Wolfsburg für einen Kader an Qualität, auch an finanziellen Mitteln, muss man ja auch ganz klar so sagen. Und was machen die daraus? Das ist doch nichts, das ist gar nichts. Und da muss man sich halt dann auch ganz klar fragen, wie können wir damit umgehen, dass wir trotzdem so einen Mittelweg hinbekommen, also dass wir in beide Richtungen das Ganze schaffen. Und das ist dann natürlich immer relativ schwierig, jetzt in der laufenden Saison ohne Transfer und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass deswegen so ein Stück weit auch einige Startelfplätze teilweise so ein bisschen rotiert sind, weil man gesagt hat, okay, diese Spieler sind besser für die Grundtugenden, auch wenn Fußballerisch zum Beispiel der eine oder andere auf der Bank eigentlich die bessere Lösung ist. Die Frage ist halt immer, in Kombination mit einem Trainer, wie gehst du damit um? Weil du brauchst jetzt für die letzten zwei Spiele, da musst du einfach wirklich zu diesen Grundtugenden hin und die muss jeder Fußballer mitbringen. Dieses wirklich, in diesen Fighter-Modus reinzugehen für zwei Spiele. Da verlangt keiner, einen ganzen Saison Abschiedskampf zu spielen, das ist eine ganz andere Nummer. Aber jetzt für diese zwei Spiele musst du das freisetzen können, brauchst aber eigentlich einen Trainer, der von der Grundidee über den eigenen Ballbesitz, also das heißt über die eigenen Stärken, den Gegner auf gut Deutsch platt macht. Und wenn du das in dem U19-Trainer zum Beispiel für den Moment jetzt gerade siehst, dass du sagst, okay, der hat auch Ansätze und Lösungen in einem eigenen Ballbesitzverhalten, in der eigenen Spieleröffnung, dann mach das, weil ich glaube, das gibt der Kader her. Wenn du dich komplett hinten reinstellen willst, ist es fast egal, welchen Trainer du da jetzt hinstellst. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schreibt ihr doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Steigt Union jetzt ab? Fragezeichen. Ja, schaffen sie es noch, holen die jetzt auf einmal noch zwei Siege aufgrund des Trainereffekts, Qualität ist ja da. Gerne mal eure Meinung dazu rein, auch was ihr von der Trainerentlassung zu diesem jetzigen Zeitpunkt haltet und den Aussagen sind sicherlich auch der ein oder andere dabei, der da ganz nah dran ist und vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel da drauf hat, als wir von außen. Gerne mal eure Meinung dazu rein und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Ciao, ciao.